Und in Berlin begrüße ich jetzt Max Herder von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen, Herr Herder. Guten Tag. Für die CSU hagelt es gerade Spott von allen Seiten. Die Maut war seit Anbeginn umstritten, nicht zuletzt auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie konnte sie es überhaupt in den Koalitionsvertrag schaffen? Ja, es gab ja 2013 von Angela Merkel diesen berühmten Satz aus dem TV-Duell, wo sie sagte, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Und das hat man dann in den Koalitionsverhandlungen gelöst, indem man sozusagen eine Quadratur des Kreises versucht hat. Oder diesen Satz mit so vielen Bedingungen umstellt hat, die es damals schon Experten klar machten, dass es schwer würde, das umzusetzen. Eben zum Beispiel erstmal eine Bedingung, dass das ganze EU-rechtskonform sein muss, was natürlich erstmal eine Selbstverständlichkeit ist. Und das Zweite eben, dass Inländer nicht in irgendeiner Form stärker belastet werden dürfen. Und das führte eben dazu, dass de facto es nur Ausländer bezahlen sollten. Und wie sich das mit der Bedingung der EU-rechtskonformität vertragen sollte, war damals schon vielenschleierhaft. Und nun weiß man warum. Das war ja schon ein CSU-Projekt. Zuerst von Alexander Dobrindt, dann von Andreas Scheuer. Haben sich die Verkehrsminister da verrannt, sowohl hinsichtlich der Kosten und Erträge, als auch vor allem in Bezug auf die Außenwirkung, die eine Maut auf unsere Nachbarländer üben würde? Jetzt muss man wahrscheinlich sagen, jenseits von allem politischen Streit und aller Rituale, die es da jetzt auch schon gibt mit Rücktrittsforderungen und so, gibt es eine höchstrichtliche Antwort darauf. Und die lautet, ja, sie haben sich verrannt. Das muss man einfach so sehen. Die Frage ist jetzt in der Tat, wie es weitergeht. Also ob man das Ganze jetzt wirklich einmottet oder ob man die Chance nutzt, daraus ein besseres Verfahren zu machen, die Nutzerfinanzierung nochmal anders denkt. Und das sind jetzt die Fragen, mit denen sich Andreas Scheuer in den nächsten Monaten und Wochen wird rumschlagen müssen. Genau, er hatte ja gestern schon gesagt, das Urteil bedeutet grundsätzlich keine Absage an eine Finanzierung des Straßenbaus durch Nutzerabgaben. Wie könnte denn so eine Alternative jetzt aussehen, die auch von anderen Parteien mitgetragen würde zum Beispiel? Also da hat er ja im Grundsatz recht. Also es gibt sehr gute Argumente für eine Nutzerfinanzierung von Infrastruktur. Aber darauf haben eben auch immer wieder Experten hingewiesen. Gerade das Modell, was die CSU jetzt jahrelang versucht hat durchzudrücken und sich an diesen Widerständen irgendwie vorbei zu reformieren, ist nicht aufgegangen. Es wäre jetzt durchaus die Chance, aus dieser Niederlage vor dem EuGH irgendwie aus der Not eine Tugend zu machen. Und zum Beispiel zu sagen, die Bundesregierung muss ja jetzt bis zum Herbst auch ein Klimaschutzgesetz entwickeln, eine Strategie, wie man Klimaschutz wirklich sinnvoll angehen will. Und da könnte eine nutzerfinanzierte Maut, die sich zum Beispiel an ökologischen Gesichtspunkten orientiert, die sich daran orientiert, wie viel gefahren wird, also kein Flatrate-Modell, die verkehrssteuernd wirkt, also die zum Beispiel sagt, dass nachts fahren günstiger ist als zur Rushhour. All diese Modelle wären denkbar und wären höchstwahrscheinlich sinnvoller als das, was jetzt gekippt wurde. Zumal es waren ja schon Vorkehrungen für eine Maut getroffen worden. Inwiefern kann es da jetzt auch zu Entschädigungsansprüchen kommen, beispielsweise der privaten Mautbetreiber? Das wird in der Tat jetzt geprüft von den Unternehmen. Das ist ja auch ein Vorwurf, der Andreas Scheuer jetzt gemacht wird, dass er eben die Vergabe schon durchgezogen hat, bevor das EuGH-Urteil vorlag. Und in der Tat stellt sich jetzt die Frage, ob es da Schadenersatzansprüche der Unternehmen gibt, denen jetzt die Einnahmen entgehen. Das wird jetzt auch nochmal juristisch zu klären sein. Aber ich schätze mal, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass es so kommen wird. Mal abgesehen von den Einnahmeausfällen für den deutschen Bundeshaushalt. Schauen wir noch auf ein anderes Thema. Arbeitsminister Hubertus Heil will dem Kabinett heute ein Gesetz für bessere Löhne in der Pflege vorstellen. Wie soll das aussehen? Das Gesetz, was heute ins Kabinett kommt, ist ja Teil eines größeren Plans, kann man sagen. Das nennt sich Konzertierte Aktion Pflege. Das ist ein Projekt, das Arbeitsminister Hubertus Heil zusammen mit seinem Gesundheitsressortkollegen Jens Spahn und der Familienministerin Franziska Giffey vorantreibt. Und diesmal geht es darum, neue Wege zu finden oder gesetzliche Möglichkeiten zu eröffnen, um für bessere Bezahlung in der Pflege zu sorgen. Das Gesetz wird zwei verschiedene Varianten vorsehen. Einmal die Aufwertung einer Pflegelohnkommission, die künftig die Möglichkeit hätte, im Konjunktiv erstmal nicht nur für Hilfskräfte beispielsweise Mindestlöhne neu festzusetzen, sondern auch für qualifizierte Pflegekräfte eine Art Mindestlohn vorzusehen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante, da geht es eigentlich darum, die Sozialpartnerschaft, also das Miteinander von Gewerkschaften und Arbeitgebern zu stärken und die Möglichkeit zu öffnen, wenn es in der Pflege einen Tarifvertrag geben sollte, der den Anspruch erheben kann, sozusagen eine gewisse Allgemeingültigkeit zu haben für die Branche, dann kann der für allgemein verbindlich erklärt werden von der Bundesregierung, was dann heißt, dass er quasi auf jedes Unternehmen und jede Pflegerin und jeden Pfleger erstreckt würde. Das Problem in der Pflege ist ja der Fachkräftemangel. Ist der allein mit einem Tarifvertrag zu beheben oder was braucht es noch, um Arbeitsbedingungen zu verbessern? Allein sicherlich nicht, aber es ist, ich würde sagen, in jedem Fall eine notwendige Bedingung. Noch keine hinreichende, aber eben eine notwendige. Die Tatsache, dass in der Pflege sehr schlecht bezahlt wird, wird ja immer wieder genannt als ein Problem, dass der Beruf nicht attraktiv genug ist für viele Leute. Und in der Tat überhaupt das Einziehen von Tarifstrukturen, von Sozialpartnerschaften in dieser Branche wäre sicherlich gut, um dort mehr Recht und auch mehr finanzielle Sicherheit hineinzubringen. Das ist ja auch dann die Hoffnung der Politik, dass das dazu führt, dass mehr Menschen den Beruf der Pflegerin oder des Pflegers ergreifen. Kurz- und mittelfristig wird man sicherlich auch weiter über qualifizierte Einwanderung von Pflegerinnen und Pfleger nachdenken müssen. Da immerhin muss man ja sagen, hat die Bundesregierung nach jahrelangen Diskussionen geliefert mit dem Einwanderungsgesetz, sodass da eigentlich die Grundlagen dafür gelegt sind, dass in der Pflege sich die Situation in den nächsten Jahren verbessern könnte. Max Hader von der Wirtschaftswoche, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Jetzt kommt schon wieder. Vielen Dank.